Ich habe den Job bekommen, weil ich mich offen, ehrlich und authentisch präsentiert habe und meine Kompetenz beweisen konnte. Weil ich großes Interesse an der Arbeit zeige, immer mit sehr viel Freude dabei bin und wenn ich vor Herausforderungen gestellt werde, immer mein Bestes gebe. Weil ich einfach authentisch war, sehr offen, aber ich habe auch gezeigt, dass ich sehr organisiert bin. Eine gute Ausbildung und Erfahrung ist natürlich sehr wichtig und während ich das sage, muss ich auch sagen, dass es nicht das Einzige ist. Dass wir natürlich daran glauben, dass Menschen sich verändern können und was Neues lernen können, wenn sie das wollen. Man lernt alles, was man braucht an dort, aber ein gewisses Grundmaß sollte man schon haben mit wann verwende ich welchen Schraubendreher oder in die Richtung. Es ist auch vorteilhaft, wenn man ein bisschen Grundverstehen von Betriebswirtschaft hat und dazu kommen noch Soft Skills wie kommunikativ sein, strukturierte Arbeitsweise und man muss einfach offen sein. Darüber hinaus soll man sich ja auch persönlich für die neuen Technologien interessieren und immer up to date bleiben. Eine Neugier ist uns sehr wichtig, Motivation ist uns sehr wichtig und vor allem ist uns Teamfähigkeit sehr wichtig.